Vielen Dank, Christine Weber von der Montagsdemonstration in Gelsenkirchen. Thomas Kistermann, mein Name, den schon wieder nicht nur in der Montagsdemonstration in Gelsenkirchen bekannt. Er ist auch dadurch bekannt, dass er von Faschisten in den letzten Wochen attackiert wurde. Und er hat sich deswegen trotz allem nicht unterkriegen lassen. Und heute ist er hier und spricht zu uns. Und auch denke ich, dass das ein besonderer Applaus für unsere volle Solidarität. Thomas, wir sind hinter dir. Es kann mir nichts passieren. Sei es, du weißt, gemeinsam mit uns was sagen. Bitte sehr. Ja, erst mal guten Tag. Mein Name ist Thomas Kistermann. Ich komme extra von der Gelsenkirchen am Montagsdemonstration in Gelsenkirchen her, um der Regierung den Kampf anzugaben. Natürlich friedlich und demokratisch. Außerdem haben wir jetzt eine neue Regierung. Aber sie ist noch gar nicht zustande gekommen. Egal wie diese Regierung aussehen wird. Alle etablierten Parteien im Bundestag halten an Hartz IV fest. Das darf einfach nicht sein. Hartz IV muss weg. Wir brauchen gut bezahlte Arbeitsplätze. Wobei man menschenwürdig leben kann. Und wir brauchen seit 8,50 Euro Mindestlohn. Was wollen die Menschen damit? Wir brauchen 14,15 Euro, dass eure Familie Besuch ernähren können. Dann, das Geld ist da. Es muss doch richtig verteilt werden. Wir demonstrieren seit Montag, im 9. August 2004, Montag für Montag gegen Hartz IV. Und seit Montag, im 14. März 2011, demonstrieren wir auch für die sofortige Stellung und alle AKBs weltweit auf Kosten der Betreiber. Wir sind so ungefähr zwischen 50 und 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der harte Kern ist geblieben. Wir haben sieben Jahre lang jeden Montag eine Kunstgebung und eine Demonstration durchgeführt. Und in den letzten zwei Jahren demonstrieren wir auch jeden Montag natürlich weiterhin. Aber wir machen dann nur noch einmal im Monat eine Demonstration. Also wir müssen weiterdemonstrieren. Wir müssen mehr werden. Es darf einfach nicht sein, dass die Politiker im Bundestag alle, wo wir unsere Köpfe hinweggehen, Gesetze beschließen, womit wir nicht einverstanden sind. Wir sind solidarisch gewesen, mit dem Frank Oetterner, der zweimal gekündigt wurde, aus politisch motivierten Gründen. Das haben wir öffentlich bekannt gemacht. Er hat mir eingestellt. Marie Mauer hat mir unterstützt. Die hat bei dem Täter gearbeitet. Jugendprozess da drin. Hat sich für alle Autoswenden eingesetzt. Ja, hat leider ihren Prozess verloren, war aber das über Schweinhalbjahre in ihrem Betrieb. Das war schon mal ein Erfolg, auch für die Öffentlichkeit, wie ein Solidaritätskreis. Dieser Gärtner hat ihre Arbeit von Ordov, im Hochhof, die haben wir auch unterstützt. Wir müssen das einfach bekannt machen, wir müssen uns zusammenschließen. Wir dürfen uns einfach nicht spalten lassen, weil dann können wir auch Hartz IV wegkriegen, dann können wir auch unbezahlte Arbeitsplätze schaffen. Dann ist das alles möglich. Und die bürgerliche Presse und die Medien, die die Klobären uns zerstören, hauptsächlich aus diesem Grund, weil wir Angst haben, dass die Menschen nicht irgendwo mal hier zusammenschließen, dann richtig auf die Straße gehen und aktiv im Widerstand zeigen. Ihr seht, man hat die Möglichkeit, wir müssen uns zusammenschließen. Und dann werden die Ohren alt aussehen. Es wird alles nach dem Recht verteilt, dass der Mensch nur nicht leben will. Es ist möglich. Und ich wünsche euch allen eine schöne Demonstration, wo ich mich gleich anschließen werde. Und du, Frank, hast ja gerade schon gehört, ich bin von einem Verschichten betroffen worden. Das habe ich öfter nicht gemacht. Das RR News berichtet. Ich hatte doch mit der Hohenz berichtet. Ich habe sie seit dem Ruhe oder wahrscheinlich auch Angst haben vor dem öffentlichen Bock. Denn die wissen nicht, wenn jemand bei dem von der Tür steht, dann haben wir auch ein Problem. Dankeschön!